hallo ich meine freunde und herzlich willkommen zurück zu call of duty black ops 4 mit wassertimte bunte abt und mir dem mushroom guten tag heute mal eine kleine runde herrschaft wieder im multiplayer mal schauen wie es läuft hoffentlich kriegen wir den firma wieder dazu ja ja auf jeden fall hast du händler verabschlag dann richtig einen zombie modus okay wo sind da die punkte keine ahnung habe ich da auch noch nie gespielt wird jetzt vermuten einen draußen links in dem wo es so der garten ist oder was auch immer es blinkt bei mir von level 40 auf 41 war hoch bist du 40 bist 41 okay ist nicht entscheidend ich habe gar keinen sieg niederlass so bei herrschaft eh nicht weil herrschaft ist genau all right haben wir mal jetzt eine 1-0 ready denn ich spiele weiterhin meine wiper herrschaft ich glaube da nehme ich tatsächlich mal den torg weil da kann das schild glaube ich ganz gut sein wenn man was verteidigt ich nehme ajax da kann man dann ordentlich blenden und rein ja gut es gibt nicht mehr so viel was ich nehmen kann ich nehme den ruhen ja ja der hat der hand halt wenn er mit dem enter haken ist halt ziemlich schnell zwischen den punkten auch mit diesem erschütterungsding einfach in die menge rein wenn die aländer rein in die menge zu b irgendjemand wieder niemand geht zu b ich mach a schnell b ist mittendrin b ist mittendrin das ist ja hart a ist eingenommen alter b ist ja richtig krank ich bin oben ja ich bin oben ja ja doch ich helfe gerade hier deswegen weil ich muss ja ich bin hinter uns alter das ist richtig mies das einzuholen wenn er mehr bei b gewesen ja gut wir haben schon noch was wir waren zu viel dort aber wenn ich auch noch reingeschaut wären wir alle zusammen drauf gegangen wir verlieren bravo klasse das ging ja richtig lange die sind alle unten ne oben sind auch richtig viele sind alle unten ich glaube alles drei stück waren jetzt unten ja fuck you Oben hat einer gesniped jetzt haben sie einen einstiegsmarker dort oh ok und ich werde hart verbrannt alter ja geh mal zu c vielleicht einer durch das ist gar nicht so blöd weil ich glaube b jetzt wird eh schwer ok oh fuck verlobt oh da kam sie zu zweit man verdammt Leute aufpassen dass sie nicht a einnehmen ja bei a stehen zwei von uns oder einer sehr gut Draht in position Junge stirb doch wenn ich dir sag stirb hast du doch gar nicht gesagt doch doch ich hab's ihm gesagt aber er hat's nicht verstanden achso du hast es ihm mit deinen augen gesagt ja den rücken verdammt nochmal nein jetzt spring ich da runter jetzt sorry dieser moment weißt du du kommst so nach oben angelaufen guckst ah da ist keiner drehst dich um und wirst auf der seite abgeschossen oh klasse danke bunte klaut er mir den kill gut ich war auch unfake nein verfehlt Mist ich habe angst boah scheiße ich werde hart genervt von irgendwelchen leuten echt wiss ich hab das oh wow boah das ist so ass die b einzunehmen b ist echt gefährlich b kann man fast lassen ey ich hab ein paar geblendet ich bin mal weg von a ich lauf mal richtig und c ja ich lege wieder da ohne Hilfe ohne rückendeckung ja ich komme ich ärgere die mal bei c Achtung rechts viel zu viele einfach oben auch hinter uns auch oh mein gott ist das assi oh da sind sie dritt zu dritt kommen sie angerusht man ok hat aber nicht viel gefehlt wieso rennt denn unserer von c weg anstatt ihn einzunehmen keine ahnung wow oh man so ein kleines fahrzeug hat mich verfolgt drohne kann ich auch ey perfekt wir haben alle drei dinger man ok vergiss es sehr gut noo komm du nimmst es noch mit nice alle geblendet schön blendet sie blendet sie mit mehr pistol weg gehauen muss schnell nachladen leute wir verlieren nicht A hellstorm regelt hellstorm regelt hellstorm of doom bam hellstorm hat geregelt hellstorm hat geregelt ich geh mal auch mit zu A schnell der ist nämlich irgendwo einer what kann ich sein Junge ey das war close schönes ding ok ich muss nachladen ganz schlecht mit der waffe das geht nämlich eine halbe stunde ok feind hat c eingenommen na feind hat charlie so ein scheiß fahrauto wieder das kriegt immer nur scheiße im im gepäck das ist echt nicht dein glück du hast doch grad eine hellstorm gehabt ne das war die normale sind da welche kommst du die hab jetzt noch ja ich hab ne fernlenkladung fuck das sind welche ich bin da Arnold Achtung ähm blendgranate kommt nooo da ist noch einer Simon der läuft jetzt der steht da rum aaa den draußen hab ich rasiert hab ich ihn so ich hol mal vorräte hier hin helft ihr mir mal kurz dass ich die vorräte hier einsammeln kann feind hat alpha ok geht mal zu alpha oh das ist ein scheiß geschütz wir haben zwei verloren da ist ein geschütz unten ja los geht hin der schütz wäre richtig geil gewesen aber ne ich krieg ja dieses scheiß fahrzeug alter wie lange geht das mit den vorräten das ist ja wahnsinn oh ja woll ich hab meine vorräte weg ich hab meine sind auch weg alter ich hab auch nicht vergetan ich konnte sie nicht aufnehmen doch wahrscheinlich liegen sie jetzt da und der gegner startet auf der seite die massi ey das ist ja richtig asozial Simon tot ja da war ich auch drin in dem korn ja ja das hab ich in dem Pixelhelden wurden ausradiert scheiße das war übrigens die letzte die schwere mg die letzte davon ja also meine vorgarten sind weg also meine vorgarten sind weg nice hat sich richtig gelohnt so dann würde ich sagen mach ich jetzt mal kurz ich mach C durch zu B ich mach ne Drohne rein pass mal auf Drohne kommt oh bei B gehts schon richtig rund wir gehen rechts und außen rum ich bin unten bei der Drohne äh bei B oh nicht einen erwischt oder was wir können es geblendet einen habe ich wunderbar und ein gutes Spiel ich war schön zowning gelegt ihr Schweine hier nein zu weit weg um die ulti zu starten er damit Drohne ist noch aktiv Sackbeschocken sobald die Drohne weg ist boah Alter was geht denn hier für ein kranker Dings grad ab vom Himmel holen wir mal A ich bin da ich bin da geht irgendjemand zu B äh ja ich kanns machen mach 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 wir haben's eingraben und halten Achtung runter bei dir nice den haben wir so geil 200 Energie Raper hier kommen alle von bei mir oh fuck 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 wir gehen Achtung von hin oh nein 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 ey den hab ich doch schon längst gehabt oh ich bin verbrannt ey klar er trifft nur einmal mit dieser Drecksflinte man weißt du und die verbrenzt einfach Puh ok Drohne ist weg ich hole eine neue Jungs wir haben wie dir haben A und B ich brauch ein bisschen Hilfe bei B ja ich komme woher wo sind die denn ihre Drohne wurde zerstört meine Drohne wurde zerstört C wir haben C verloren die waren alle bei C oh krank was war das für ein Kill wieso klar wird der mir nicht angezeigt der rennt da rum und ich sehn ich bin bei C wow wow hey Wollt soll ich die Wand stellen da oben ist er da oben ist er da oben ist er wo soll ich die Wand hinstellen jawohl er springt grad als er als er geblendet wurde ey Idiot Simon da ist noch einer ich muss nur nachladen nein natürlich von zwei ach klar spawnt jetzt links einer von mir es müssten noch zwei sein das sind drei stück da drin ich habe nur einen gekriegt und ich wurde verbrannt weil dein Firebreak sein Ding gezündet hat ich hole mir schnell A nice irgendjemand hat Helikopter oh das ist nicht gut oh Juni woher gleich sehen sie dass ich alleine bin ja ok ok wir haben es wenigstens akzeptiere ich noch Position gesichert wir haben alles oder ja ich bleib mal bei A und ich habe meinen Arm geschossen und ich habe meinen Arm geschossen ich war so weit davon weg ich war so weit davon weg und trotzdem hat es mich getroffen damn wo passiert jetzt als erstes das ist echt ein Fehler von mir einfach immer so dumm rauszuremmen bei A ja was C das musst du hier sein ja das ist einer bei C oh fuck falsch gelaufen oh nein Juni jetzt wurdest du aber hart zerfetzt oh und ich auch direkt hinter dir wir haben alle Punkte oh wie bitter ne wir haben gar nichts mehr sag ich auch die haben alle Punkte er ist schon wieder mit seiner Drecks wir sind bei B wir sind bei B Flammflinte man komm zu B vorbei raus fuck der Hund kommt von den da ist Hund unten bei B Achtung Hund rennt da rum ja Achtung Hund ja komm ich bin gesprungen du konntest mich gar nicht erwischen natürlich wie viel ich reingehauen habe ist gerade egal Achtung feindlicher Taktiker Einstiegsmarker ist aktiv Achtung Hallo Hallo ich bin bei B ich war suß ich bin auch bei B von vorne ich bin von irgendwo abgeschossen von überall oh ich bin tot oh es hat nicht so viel gefehlt Leute komm rein kommt rein schnell Idiote ich find keine Gegner ich find rein bitches bitches ja ich hab ein dieser Pfeil dieses Flugzeug was rum fliegt ist genauso unnötig wie das Auto ja ja heil dich Junge ich krieg nur scheiße damit irgendwie kann man das doch neu würfeln lassen oder nicht keine Ahnung wenn du irgendeine gewisse Klasse hast ja das war close das war close das war close das war close easy guys easy guys ich hab mal angeschaut man wenn ich das machen würde die würde mich sofort weg snacken man ja aber ich find den Modus eigentlich auch ganz cool doch ich find den auch gut besser als der Gleitschutz auf jeden Fall ja absolut gut gut die Points erobert ist mir jetzt eine andere Map oh wir werden ich bekommen ab 18,10, nice Hab' ich für ne? Ich seh' Du hast 2,13, 2,20, 10, ich hab' 16,17 Ah, aber fast auch positiv Ja, ich hab aber bei 16 Ziele eingenommen Dann kann ich das jetzt als nur direkt danach schauen, jetzt nicht mehr... Doch du kannst bei Einsatzbericht unten nach rechts drücken Ah, da ist noch Ah, okay Und dann oben Statistik Aha Ah. Payload. Okay. Ah, die. Nehme ich nicht hier für eine Waffe. Eine, die killt. Ah, okay. Achso, ja, warte mal. Nehme mal kurz dann. Nehme mal die Softgun. Wo sind da die Punkte? Wisst ihr das? Nope. Die Punkte. Wo die Punkte da sind. I don't know. In der großen Halle auf jeden Fall, da wo es immer abgeht. Einmal, glaube ich, im Süden ist es da beim Gebäude und im anderen ist es in der anderen Halle beim Spawnpunkt. Ich meine, ich bin mir aber nicht sicher. Naja. Ruin ausgeschaltet. Wollte ich dir mal kurz sagen. 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 Wo rennen wir hin? Zu B direkt? Ja, zu B direkt. Ich lauf direkt zu C, Mann. Aber bei C sind die safe schon, das weißt du. Ja, aber die laufen halt jetzt weiter und ich komme jetzt dann direkt von hinten. Bin bei mir. Und... Hab einen. Und Stürmung. Links ist einer. Links ist einer. Noch einer. Geblendet. Er hat uns auch geblendet. Der hat mich halt nur nicht sehen. Ach, links war noch einer. Fuck. Einen habe ich aber. Dreck hier mal ein Stacheldraht rein in B. B. Wie läuft dein Plan? Bis jetzt wurde ich noch nicht gesehen und ich bin bei C. Und nehme ein. No, Junge. Der muss doch weg sein. Von oben. Muss nachladen. Fuck. Fuck. Ich wollte von... Richtig schlechter Moment zum Nachladen. Wow. Den ganzen Weg umsonst gelaufen, aber hey. Ich habe sie gestört. B haben wir rasiert. Ich habe es. 100% alles von selber machen. Ich war selber da drin und habe den Stacheldraht reingelegt. Und ich habe überlebt. Die ganze Zeit da. Oh Mann. Das war dumm. Aua, aua, aua. Von B. Mit dem Raketenteil. Fuck, jetzt habe ich es verkackt. Hinter dir, Bunte. Hab ihn, danke. Leider. Bravo verloren? Das ist nicht geil. What? Wo kam der denn jetzt auch noch her? Komm, leg dich hin, Mann. Das war einfach schlecht. Das war einfach gerade schlecht. Ditte war kacke. Oh Mann. Oh Mann, ey. Natürlich von hinten. Das war... Und, hä. Bei links war gerade einer da oben. Oh, hinter uns. Ah, woher? Keine Ahnung. Der musste nachladen. Dich heilen. Der lag in B drin. Oh, dame. Alter, was war das denn? Wer für eine Granate, Pascal? Ja, gut. Rein damit. Oh, oben sind richtig viele. Links auch. Oh, Alter. Wie er hier durchslidet. Was geht denn bei ihm ab. Wie übel. Achtung, da kommt eine Granate rein. Nicht da rein rein. Oh, natürlich. Boah, der Schaffel steht da hinten rum. Scheiße, die Assis. Vorsicht. Wo ist der denn? Der hat sich selber auch gekillt. Weißt du was? Ich stelle da jetzt schon ein Schild von mir hin. Macht es. Kann ich auch. Nein, jetzt killt der mich da so kacke. Los, wir müssen wieder zu B, bevor die mein Schild kaputt machen. Alter, komm ey. Ja, die machen uns gerade kaputt. Ja, wie ruhig du bleiben kannst. Deine Waffe verzieht überhaupt nicht. Natürlich. Hey, Junge. Von rechts. Ach, come on. Die rasieren uns aber richtig. Ihre Barrikade wurde zu haben. Super. Ah nein, alles auf. Ja, ich hab's auch gehört. Hey, vielleicht müssen wir einfach was anderes gerade einnehmen, ja. Wenn das hier gerade nicht geht. Ich hab jetzt C, weil wir verlieren A. Das ist nichts gewonnen. Das haben wir einfach verloren. Ja, aber ich bin halt bei dir gespawnt worden. Da, weil wir sonst nichts mehr haben. Schön, Jungs. Boah, wer hat da gerade so abgegangen mit der Ulti? Och, Mann. Warum krieg ich ihn jetzt so auf den Sack? Oh, no. Oh nein, auf mich. Uh. Aha, nicht auf mich. Wir haben B und C, oder? Ich bin bei A. Ist gerade einer entlang gelaufen. B hab ich. Huck, ich sitze oben in diesem kleinen... Gut. ...Rings drin, was auch immer das ist. Boah, nee. Ich bleib da keiner bei außen. Ich renne zwischen A und C gerade. Ja, ich geh zu C. Ich geh zu C zurück. Kümmern sich keiner drum. Passt du auf B auf? Was? Das stimmt doch gar nicht. Ich war gerade bei B und jetzt bin ich bei C. Du passt auf B auf. Ja, passt. Jetzt bin ich bei C, aber ich bin alleine da. Das verdirbt jemandem die Laune. Das verdirbt jemandem die Laune. Da kommen zwei Stück. Hinter dir? Ja, alleine ist das halt kacke. Hinter dir? Das war der Heli... Das war der... Helikopter, das war nicht ich. Egal. Ja, ja, ja. Okay, Pascal läuft da rein. Park, jetzt sehen Sie B schon wieder einen. Ich geh zu B wieder. Oh, die kommen auch gleich zu A. Das Spiel braucht man mal so lange, um den Schild zu ziehen. B hab ich kaputt. Also unten. Kann einer reingehen. Das gibt's doch nicht, man. Den Typ hab ich. Lad doch nach, man. Komm. Wann geht's? Von oben, von hinten. Von hinter uns kommen sie. Oh, Kollege. Kollege, sehr schön gemacht. Sehr schön. Überwachung durch Drohne starten. B, schon wieder? Ja, die sind schon wieder bei B, ey. Halt die grad ein bisschen auf. Ja, ich hab's ein bisschen aufgehalten. Aber jetzt kommen sie zu B. Praktisch alle. Ja, ich komm. Ich lauf grad wieder zu B. Nein, Mann. Von wo? Oh, der Sniper. Kommt einer rein? Oh, fuck. Er vergiftet. Okay, ich bin down. Wir haben B noch. Was? Kann mich nicht weilen. Ja, ja. Wegen der Kacke. Alter, wie lange? Ich kann mich nicht. Weil ich so vergiftet wurde, oder was auch immer. Ja, da war die Aktivität. Solche, keine Ahnung. Ach so. Vorsicht. Oh nein, 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 nein. Oh, jetzt hab ich grad die Drohne aktiviert. Pass doch auf, du Idiot. Wie haben wir das noch gewonnen? Oder wie haben wir das jetzt so gewonnen? Bei 100 ist das nicht. Und zwischendurch mal 3. Das gibt halt dann ziemlich viel. Ja, doch. Trotzdem nix gewesen. 2,8 der KD, Mann. Ja, ist der Täterik. Ja, ja. Ja. Wollt ihr noch eine Runde machen, oder? Wir müssen einen Seitenwechsel. Ich glaube, jetzt ist der Seitenwechsel, ja. Ich dachte, das wäre vorbei. Mann, ey. Meine Drohne ist natürlich verschwunden. Okay, zu B direkt. Oder sollen wir zu A durchlaufen, ganz hinten? Erstmal, nee, B ist wichtiger. Zwei haben. Nee, ja, will ich auch sagen. Okay. Fuß in der Tür. Komm mal, was Gescheites. Oh, ich wurde direkt weggesnipert. Direkt. Ich hab da erstmal mein Schild reingestellt. Jetzt müsst ihr ein bisschen Druck machen, dass mein Schild da stehen bleibt. Ja, ich mach Druck grad. Hast du's? Jawoll. Ich robbe mal rein. Das Schild ist direkt weg. Äh, dass er sich nicht bewegen kann, wenn er liegt. Oh, sie werden blockiert von der Seite. Ich weiß nicht immer, wie die grad da reinhauen. Egal, wir haben's irgendwie so. Wir haben's gar nicht. Wir haben's auf jeden Fall nicht. Wir haben's. Vielleicht. Wir haben's nicht, ne? Das ist schon mal... Einer hab ich. Da oben ist ein Schild geschützt und was ist da oben? Oh, der ist da oben. Dann hab ich jetzt. Hinter uns. Nice, Leute, nice, nice, nice. Nice, dann hab ich hinten dran auch. Alter, jetzt hab ich grad richtig viel Röst, äh, bekommen. Oh, fuck. Bin bei dir, Simon. Oh, fuck. Nein, unten ist noch einer. Ah, es sind mehrere. Ich verstehe mich. Schlecht gesehen. Da unten sind zwei, Mann. Drei. Die laufen alle außen. Boah, wie er mich wechselt? Die laufen alle außen. Ja, genau da, Simon. Laufen sie. Ich weiß noch nicht, wohin. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ja, ich hab ihn. Oh. Der Schaffel wieder. Mann. Wieso hab ich mich jetzt nicht bewegen können? Komm jetzt nicht rein. Jetzt komm ich wieder rein. Was denn? Der Whip ist auch gut bei uns. Hund? Ist das ein böser Hund? Weiß ich nicht. Ich hör einen Hund. Ja, und da er nicht angezeigt wird, muss es ein böser Hund sein. Ja, ist ein böser Hund. Böser Hund. Böser Hund. Nein, Mann, von der Seite. Nein, böser Hund, böser Hund, böser Hund. Okay, okay, okay. Oh, und böse Menschen. Oh, shit. Ey, die wollen grad C übernehmen. Jawohl, war glaub ich nur einer. Ah, top. Achtung, böser Hund. Sehr gut. Sehr gut. Hundeeinheit neutralisiert. Ja, wir haben B. Das passt so. Schön, dann würde ich sagen. Ich renne immer mal wieder. Wir halten einfach B. Boah, Damon, was war das denn? Ähm. Fuck, wie schnell. Oh, fuck. Da müssen richtig viele bei C sitzen. Ich bin bei A. Komm. Ich hab's fast. Sekunde zu spät. Die Ficker schießen die ganze Zeit mit Raketenwerfer auf meine Wand. Dreht locker. Hey, ganz ehrlich, wir sind so blöd. Das fällt mir aber ein. Wir hätten vorhin auch Raketenwerfer nehmen können. Für diese Wende. Weil das machen die ja die ganze Zeit. Meine Wand mit dem Raketenwerfer kaputt. Hätte man drauf kommen können. Oh, natürlich ist er auch. Ich seh den scheiß nie. Ich renne da immer rein. Also, Stolpermin, meinst du? Ja. Ja, Mann. Hä, wie kann der da drinstehen? Da steht ne Wand von mir und die macht ihm scheinbar keinen Schaden. Die ist nicht gut ausgerichtet. Die ist extra so ausgerichtet. Der Abstand hier, dann trifft C nicht. Fuck. Ah, okay. Ich hab die extra so gestellt, dass es eigentlich passt. Das ganze Ding absichert. Oh, die Corbett, der geht ganz gut ab. Wir verlieren schon wieder A. Wir müssen jetzt A, C oder A mal wieder erobern. Oh, Tim. Ich glaub ich hab zwei Stück in die Arme. Danke, Jungs. Mach mal das wahr. No, ich hat's doch fast. Oh, Mann. Hast du sie? Shit. Als Fehler. Oh, wer macht denn Headshot? Hast du sie? Ja, wir holen grad C erstmal. Wir holen grad C, Mann. Ja, nicht, zu dritt brauchen wir die nicht holen. Doch, dann geht's schneller. Ja, doch, geht's schneller. Ich komm mit, ich komm mit. Ich hole Drohne. Geh doch hoch zu Simon. Meine Drohne muss ich schon zerstören. Gut. Oh, die war doch grad da. Dammit. Oh Gott. Ja, grad Drohne gehufen, schon kaputt. Okay, danke. Hartes Match. Hartes Match. Hartes Match. Hals ob. Oh, ne, da ist wieder die kack Gift-Scheiße. Gift-Scheiß? Ja, oder was auch immer. Radioaktivität. Radioaktivität, ja. Nein. So, ich bleib jetzt mal schön hier hinter meiner Schockwelle stehen. Die gehen alle jetzt gleich zu B von A aus. Grund ist von gut. Nooo, nicht sterben schon wieder. Oh oh. So, sind geblendet. Die sehen erstmal nichts. Drei, vier. Vier Stück sind geblendet. Als ob du schon wieder hinter mir bist, Mann. Das hat man aber auf der Map gesehen, Arnold. Easy. Ja, wahrscheinlich der Tick, wo er von mir hätte sein müssen. Ja, 25, 15 hab ich. Ah, der war gut, ja. Was spielt der? Das ist die letzte, oder? Ne, das sieht aus wie die KN57. Ja, würde ich jetzt auch gesagt. Ja, ist so, glaub ich. Boah, und hab vom Hund gefressen. Ja, schon. Gute Leistung, gute Leistung. Hast du gut gemacht, hast dich gut fressen lassen. Meint ihr, wollt ihr noch eine? Oder? Ja, von mir aus können wir noch eine. Eine können wir noch machen. Haben wir zwölf, dann passt das. So, machen wir das. Also, eine Runde noch, ne? Achso. Oder noch eine Folge. Ne, wenn dann noch eine Runde, oder? Eine Folge? Ja, eine Folge. Folge oder Runde? Ne, eine ganze Folge. Dann haben wir genug, bis wir wieder aufnehmen können. Alles klar, dann beenden wir hier an dieser Stelle diese Folge. Vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Das war Herrschaft. Gute Nacht. Tschüss. Herrschaft ist cool. Oh, 25 kills, Pascal. Nicht schlecht. Wenn ich der Herrscher bin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.